Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA und Schimmer News der letzten Woche. Ich bin Alexander und diesmal halten wir es kurz. Als erstes hat Asa Dalborn, Mariana de la Rocha und Laura Kaitazzi von der IOTA Foundation und Robert Daikin von Nakama einen Artikel auf apolitical.co veröffentlicht. Es werden verschiedene Anwendungsfälle und Vorteile von Blockchain im Regierungsbereich wie Identitätsmanagement, Abstimmung, Verwaltung und Registern und Transparenz diskutiert. Die Blockchain kann dazu beitragen, die Sicherheit, Integrität und Effizienz von Regierungsdienstleistungen zu verbessern, Korruption zu bekämpfen und das Vertrauen der Bürger in Regierungsinstitutionen zu stärken. Es werden auch einige Beispiele und Projekte aus verschiedenen Ländern aufgeführt, die Blockchain-Technologie bereits erfolgreich in der Regierung implementiert haben. Als Beispiel wird JenaTag aufgeführt. Die IOTA Foundation und die Vereinigten Emirate liebäugeln weiter miteinander. Dieses Treffen reiht sich an die letzte Probably Nothing Folge an. Dr. Tani Ahmed Al Sayodi, der Minister für Außenhandel, twittet einen Ausschnitt aus einem Call. Darunter drei Vertreter von der IOTA Foundation. Ein Anrufer mit dem Namen Emirates Angels, was eventuell für ein Business Angels stehen könnte, und Kayam Keki und Waller, Sicherheitsexperte und Anwalt. Dom selbst twittert dazu, dass sie entschlossen sind, eine Schlüsselrolle in der digitalen Transformation und dem Wirtschaftswachstum der Vereinigten Emiraten zu spielen. Deeper Finance kündigt eine Partnerschaft mit Pyth Network an. Dafür haben sie ein Medium-Artikel veröffentlicht, wo sie nochmal bekräftigen, wie wichtig genaue Daten im Finanzsektor sind. Die PositiveBlockchain.io veranstaltet ihr 5-jähriges Geburtstagsevent und Co-Veranstalter ist die IOTA Foundation. Vertreten durch Mariana Della Roche und Christian Sauer, das Ganze läuft vom 1. bis 3. Juni in Berlin, vorgestellt wird hier seitens der IOTA Foundation das Touchpoint-Programm. TanglePay twittert, wie eine Zukunft mit einem Web3-Chat wäre. Das Chatten wäre kostenlos und dafür müsste man nur Schimmer als Storage hinterlegen. Dafür würden dann aber die Daten nicht mehr zentral liegen. Auf die Anfrage, wann das wohl losgeht, hieß es soon. David Zanzdebo steigt bei Space5 ein. Das twittert Space5 am Montag. Die Hürdeinvestition liegt bei 1 Million Euro. Die finanziellen Mitteln können die Entwicklung der Jung-Plattform sicherlich beschleunigen und verbessern. Ein sehr schöner und guter Schritt von David. Steuern, Steuern und nochmals Steuern. Vor diesem Wort haben viele Angst. Die IOTA Foundation hat dafür ein interessantes Video über dieses Thema geführt. Mit Dr. Max Berndt von Blockfit.io. Das ist natürlich keine Steuerberatung und geht um die internationale Regulation und um die großen Entwicklungen momentan. Die größte Information, die ihr auch euch mitnehmen könnt, ist DYOR. Do your own research. Und die neuesten Assembly-Zahlen gibt es auch. Hier könnt ihr mir vertrauen. 98 Millionen ASMB wurden in der 6. von 8. unten ausgeschüttet. Und es sind noch ganze 78 Tage übrig in dieser Runde. Am 7. Juni gibt es ein weiteres Event, die Blockchain Week. Vertreten durch Mariana Della Rocha. Das Thema lautet, wie kann Europa mit den Risiken umgehen, die sich aus DLT-Anwendungsfällen im Finanzdienstleistungsbereich ergeben, ohne die Innovation zu behindern. TanglePay hat ein neues Update bereitgestellt, 1.5.5. Dieser hat eine erweiterte Ledger-Unterstützung bekommen nach dem letzten IWM-Update. Es gibt nun eine Pin-Entsperrung und viele Bugfixes. Ein Paper gibt es auch dieses Mal. Mal geschrieben wurde es von Alhamdulillah mit dem Titel Using IOTA for Energy Efficient and Lightward Internet of Drones Network. Es wird im Juli oder August im IEEE IT Professional veröffentlicht. In der letzten Folge sollte ein großes Schimmer-IWM-Update kommen mit einem Reset. Diese wurde nun verschoben. Es werden zusätzliche Änderungen durchgeführt. Viele werden sich jetzt ärgern, aber lieber ein großes Update, statt mehrere kleine, die dann nicht funktionieren. Die Protokollgruppe war ebenfalls fleißig. Die Parameter-Taskforce arbeitet daran, Bugs zu beheben und den Durchsatz zu verbessern. Es werden Optionen zur Berechnung der Reference-Mana-Cost diskutiert und Maßnahmen zur Steigerung des Validatoren-Durchsatzes werden ergriffen. Im Incentives-Bereich werden mathematische Überprüfungen durchgeführt und die Komitee-Rotationen und Konfliktlösungen werden diskutiert. Ziel ist eine stabile und effiziente Blockchain. Das war's mit dieser kleinen, aber feinen Folge. Was sagt ihr zum neuen Format? Soll ich das weiter so machen mit den Videos oder wieder back to the roots? Lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.